1, 2, 3! Um ehrlich zu sein, sind wir dieses Jahr die Gejagten. Deshalb ist es uns eigentlich egal, wer welchen Spieler kauft und wie viele. Ob es kein Deutscher ist, ob es nur Europäer sind, ist uns eigentlich egal. Wir konzentrieren uns nur auf unsere Leistung. Menschlich vermisst jeder BJ. Klar, wir haben ihn alle gut gemacht. Aber Alex steht ihm da nichts nach. Das Training ist wirklich sehr gut. Er ist gut organisiert. Er hat auch eine sehr gute Einstellung. Auch wenn wir oben stehen, uns immer weiter zu pushen und nach vorne zu bringen. Wir spielen unser Spiel genauso wie letztes Jahr. Wir müssen halt nichts verändern. Wir spielen einfach unser Baseball und haben Spaß. Werdet ihr den Titel verteidigen? Das ist natürlich immer das Ziel. Wir werden nicht sehr viel ändern. Wir werden bei unserem Approach bleiben. Unsere Plays machen, uns vorbereiten wie gewohnt. Und dann werden wir sehen, was passiert. Mal 11. Also schauen wir denn mit Trägen wie gewohnt! Mal 11. In dem Outside. Wir werden eine sacr proposed gerezie, Kno Stone, aber immer wiederタrand sind. Ob every congregative bekleun transe. Vielen Dank.